Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom, wieder mal auf der Playstation 3 und ich melde mich mal wieder zurück mit einem kleinen Live Commentary von Slum von Panama City aller Black Ops 2 hier ist angesagt, mit dabei die M27 und ich habe auch ein paar Teamkollegen dabei hier, der Blasma 711, Pascal, Wie Pascal, Noref, Lee und Mino Lupus sind auch dabei. Mino Lupus? Bist du der Bruder von Lupus Wolf 18? Kennst du jetzt nicht, oder? Kleiner Choke am Rande. So, hauen wir gleich meinen ersten Kill hier in die Tasche rein und packen wir auch ein kleines Thema aus. Ja Leute, ich bin jetzt schon hier, schon gut 8 Monate auf YouTube und kann es nicht glauben, dass meine Abozahlen ist gestiegen, seit mich der Agent wirklich, der Agent von Oliven und Elite gesehen hat. Ich habe damals ein Video gemacht von Hamburger C4 Tiger, kennt ihr wahrscheinlich alle, der große Booster-Glan, SnipeHanda84, der Clown, der Leader-Clown hier. Moin, 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 Willkommen bei den Hamburger C4 Tiger. Ihr wisst es, ihr kennt ihn, er ist ein Booster und das ist klar. Aber wir wollen jetzt hier nicht über den blöden SnipeHunter reden, nein, auch nicht über den coolen Agent, nein. Wir möchten einfach mal über euch sprechen, euch, ihr Zuschauer, egal ob ihr jetzt einen YouTube-Kanal habt, ob ihr mich abonniert habt, ob ihr eine Playstation 3 habt oder was auch immer, das ist mir auch egal. Ich finde es klasse, dass ihr ab und zu immer mal meine Videos anguckt. Ich weiß es von Leuten, die gucken sich meine Videos an, haben aber nicht mal eine Playstation 3, aber haben nicht mal einen YouTube-Kanal, können also mir überhaupt keine Kommentare schreiben. Weiß es von anderen Leuten, die Abos haben, hey, kannst du mal bitte den Typ erwähnen oder den Typ erwähnen, weil der guckt dir eine Videos an. Und ich dachte mir, oh scheiße, da gucken mir so viele Leute zu, die ich überhaupt noch gar nicht kenne, weil die überhaupt nicht schreiben, aber die schauen zu. Ich weiß auch manchmal, wenn ich jetzt ein Video mache und das 200 Aufrufe bekommt, aber nur zwei Dinge, Kommentare bekommt, habe ich auch schon erlebt, da war ich schon in der Lobby drin, hey, du bist doch der, woher kennst du mich? Ich habe dein Video gesehen, Hacker-Lobby. Oder einmal war ich auch in der Lobby, da einmal, bist du der Kronk? Was? Ich? Soll Kronk sein? Nein, ich bin nicht Kronk. Aber du hast auch mal einen Kronk nachgemacht. Ja, ich habe mal einen Kronk nachgemacht. Das kam nicht so gut an. Viele Dislicks gab es dafür. Ich habe ja damals die Stimme so ein bisschen verstellt und viele dachten, das wäre jemand anders gewesen. Aber das war ich die ganze Zeit. Ich kann nämlich meine Stimme ein bisschen verstellen hier. Und ja, Mann, Digga. Video 200 irgendwas ist jetzt schon angesagt. Und ich denke einfach mal, ich habe jetzt genug gelabert. Vielen Dank fürs Abonnieren, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank für eine schöne weitere Zukunft. Auf meinem Kanal von der Junge Zocker. Bis dann, haut rein. Euer YouTube Gamescom.